so da sind wir wieder zurück zu minecraft wir ja sony höhle ja wir wollten eigentlich gar nicht hier sein aber jetzt sind wir hier und das bedeutet mache aus der not eine tugend ich wollte eigentlich nur ein bisschen platz machen jetzt sind wir hier noch weiter im kern einer höhle so habe ich genug platz ja ich habe noch platz ich werde mir das jetzt ein bisschen angucken so ich möchte gerne mal wissen wie tief sind wir wir sind auf höhe 18 das heißt nicht mehr weit und wir sind wieder auf wir haben keine fackeln mehr und wir sind tatsächlich wieder auf diamanten höhe und ich muss ganz ehrlich sagen das ist schon ein bisschen neugierig bin ich schon ob wir jetzt ja ich die doch sogar auf diamanten treffen könnten junge mach nicht sowas hier habe ein schwaches herz muss ja aufpassen und ja ich habe schon wieder nicht geguckt ob ich irgendwelche themen jetzt hier anspreche momentan bin ich voll und ganz damit beschäftigt mich über vodafone zu ärgern und zu besperren weil vodafone halt ja ich sag mal so ist nicht der beste für eine sache internet ich kenne immer wieder leute die sagen hey nennen sie es ich habe aber voll gar keine probleme mit vodafone das ist voll das gute netz ist ja dann hast du glück gehabt aber ja dann gehörst du zu den wenigen glücklichen zu der minderheit der glücklichen die tatsächlich wenig oder keine probleme haben mit vodafone ich sage ja nicht dass jetzt vodafone bei allen schlecht ist ich sage vodafone ist bei sehr vielen leuten relativ unbeliebt weil halt nicht stabiles netz immer wieder störungen lange anhaltende störungen und so weiter und das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich es ist ja auch nicht irgendwie eine persönliche vendetta ich meine ich habe ja freiwillig selber damals gesagt pass mal auf vodafone also das war ja damals unity media dann wurde es ja von vodafone übernommen und ich habe damals gesagt okay ihr übernehmen das ich kenne euren ruf und ist ja okay unity media war ja auch nicht gerade beliebter aber bei mir war es tatsächlich so dass seit der übernahme von vodafone komplett mein internet ja komplett müll ist müll ich kriege ich habe gerade ein speedtest gemacht von 40 mbit upload habe ich gerade mal drei das ist nicht gut erst recht nicht wenn man streamen möchte ich denke mal jeder der ein bisschen ahnung von streamen hat der wieder verstehen was ich sage ich habe nämlich externe tarif geholt für den 40er für den 40er upload damit ich immer einen riesen puffer habe ich meine ich bin jetzt noch nicht mal partner oder so ich bin nicht mal affiliate dass ich sagen kann so pass mal auf ich könnte jetzt hier sogar einen höheren betraten und so weiter streamen kann die einstellung und so weiter alle vornehmen nee ist ja nicht ist ja noch nicht mal ich bin ja weiterhin bei meinen bescheidenen 6 mbit upload und wo davon so gut junger wenn du mich noch einmal erschreckend tun tust und trotzdem wo davon so auch nö 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 gewöhnt immer ja nicht an dass du hier irgendwie viel upload bekommst mein freund das muss ich vormachen so das ding ist ich könnte jetzt hier tatsächlich nach diamanten suchen tief genug wären wir 13 ich glaube das reicht schon als argument da wir ja tatsächlich an einer monster falle basteln würde ich sagen krabbeln wir uns tatsächlich auch noch hier redstone raus da kann man nicht genug von haben ganz ehrlich und ich fürchte sogar fast oben ist gerade eingefallen und ich brauche die slimes gar nicht oder nee die slimes brauche ich nicht ich habe jetzt gedacht mit den pistons und so weiter da brauchen wir slimes damit die ganzen blöcke aber die könnten wir tatsächlich auch mit sand oder aber mit kies machen so oldschool mäßig so traditionell obwohl ich hätte gern sticky pistons und dann würde ich das halt mit oh mein gott da ist aber sowas von lava oben aha ich wusste es so mich kriegst du hier nicht mein freund entschuldigung gut wirklich an diamanten kam wir jetzt nicht aber dafür immer noch ein bisschen redstone geholt das ist ja auch okay und vor allem ganz wichtig heißen wir müssen sehr viel eisen holen witzigerweise habe ich jetzt tatsächlich vier zugänge nach unten einfach nur um halt hüllen zu entdecken und zu erforschen und halt naja ärzte zu besorgen so tut mir leid aber ich musste das einfach machen einfach weil ich keine fledermäuse mag herrscht der krone ich mache nur spaß nein kein politisches statement schuldigung und allein schon wegen redstone hat sich das hier gelohnt ganz ehrlich dann guckt euch das mal an wie viel wir haben wir sind so reich so redstone reich so ein bisschen stein noch stein ist immer gut genau macht das erstmal mit der genau mit stein 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 hacken wer kennt ist denn nicht die bergarbeiter damals mit dem stein in der hand buddeln die sich vor um kohle zu holen so sind wir hier wieder auf elf nicht zwölf auf zwölf heißt von 0 bis 11 war das oder also diamanten von 0 bis 11 oder habe ich das wieder in vielen informationen mit der ich die ganze zeit rumrenne ich mag die musik so das ding ist wir könnten tatsächlich ist ein bisschen laut oder wir könnten tatsächlich mein gott junge ich muss mich daran gewöhnen dass die spitzhacke so wie kommen wir jetzt hier hoch wenn wir sind ja hier so oder so perfekt ich würde sagen wir gehen dann wieder hoch ja wisst ihr was ich meine wahrscheinlich nicht und ich kann es euch nicht verdenken die musik ist echt aber extrem laut ich finde diese extrem ich muss mal jemand so ich muss mal hier bei mir leiser machen ich weiß in der aufnahme ist das gar nicht so laut das kommt gar nicht so laut rüber bei euch aber bei mir auch von euch das mega laut was auch der grund ist warum ich die musik immer ziemlich leise hatte und ihr steht ja gewundert habe dies ja mein nemesis haltest du nicht dein let's play irgendwie mit musik untermauern warum machst du dann keine musik und ich total verzweifelt aber die ist doch laut nein die ist nur auf dein ohrlaut mein freund guck doch mal in die aufnahme drin herein da gibt es pegel da hör doch mal deine eigenen aufnahmen an witzigerweise habe ich mir immer meine aufnahmen angehört und auch da eben weil ich es halt auf dem kopfhörer habe waren die war die musik und so weiter die war relativ laut mein gotter ist jetzt so viel da okay hier ist ein rohrkrepierer das ist gut rohrkrepierer ist immer gut so mit rohrkrepieren kann man nur eines machen und zack 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 und zack und so und so und so dann haben wir das hier haha so ihr lieben ich würde sagen wo das eisen habt ihr so gesehen ich habe eisen nicht übersehen safe nicht ich weiß nicht warum ich das so sage aber mir macht das spaß so bitte akzeptieren ich bin halt der let's player ich bin der boss hier ich kriege gerade eben mein stream tatsächlich mal wieder die lektion weil ich mal wieder so sage so auf die community eingehen möchte so was mal auf abwechslung und sachen ich spiele mutter nur dead by daylight dann sage ich so leute kommen wir mal ein bisschen abwechslung wenn ja wie soll ich das machen wie soll ich das hier mit der zeit und so weiter weil ich sie mir täglich sofern vodafone ist zulässt so von 9 bis 15 uhr ja das sind ungefähr sechs stunden so und dann wie teile ich das ja auch mit anderen games einfach so spontan nach lust und laune also wirklich komplett spontan oder dass sie dann sage pass mal auf wir machen halt regelmäßig so fünf sechs stunden täglich der bei daylight und dann die restlichen ein zwei stunden dann halt ein anderes game oder halt den kompletten samsack ein anderes game und da habe ich auch unter anderem oft zu hören bekommen hey nemesis das ist dein stream du bist der chef du musst entscheiden ist ja aber ich will doch das stream ist ja ich mache das doch mit euch zusammen ja aber du bist doch der chef ja ich weiß ich bin der chef aber was hat das eine mit dem anderen zu tun gar nichts nee das war hier ich finde das ja schön dass mich halt auch so unterstützen nach motto lasst sie nichts einreden aber das tue ich ja nicht das mache ich jetzt nicht hier von wegen ist hoffentlich was ich meine so gold kommen einschmelzen gut dann kommen wir hier das eisen einschmelzen ne der hat noch genug perfekt dann nicht mal das restliche erz bricht dann auch mal wieder zurück wir müssen einmal kurz die kühe füttern wir brauchen ohne ende ich brauche bücher regale so erze wie erze kann ich nicht hier auch noch irgendwie so dann hätten wir das nämlich so so das wäre nämlich ein bisschen besser dann könnten wir hier dann wirklich weiterführen dies sowieso nein ach doof gut dann müssen wir das hier vielleicht ein bisschen erweitern irgendwie so wir schaffen das schon okay ich glaube jetzt haben wir vielleicht ein bisschen genug glaube ich nicht aber okay gold haben wir jetzt hoch was soll ich machen und nicht lügen gar nichts ich wollte immer lügen nein her und fact so ganz necken uns mal so ein bisschen erntemaschine will ich auch noch machen also jetzt mal ganz im ernst for real erntemaschine muss einfach sein erntemaschine ist einfach er hat man es damals gesagt oder vor gar nicht als langer zeit bei keine ahnung was das soll auf jeden fall war das muss der begriff für super wichtig super toll super gut super super duper dankeschön hoch so und damit wären jetzt die kühe wobei da ist immer noch die frage will ich die kühe nicht denn doch irgendwie in so einen separaten so komm mal her du bist eine kuh ja komm mal her ich habe da wirklich viele so du bist auch eine korea du und du ihr küsst euch jetzt knutschen sehr schön sehr 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 schön so ja du und du auch ja du bist eine kuh komm mal mit her komm her so komm 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 und du auch ja guck mal hier einmal du und einmal du liebe ihr habt doch schon gegessen was denn los mit euch so noch eine kuh so kuh kühe so du und du oh ja guck mal hier ihr macht es auf zwei ebenen ich meinte seid du und du hier könnte ich auch noch knutschen ich auch mal ein bisschen ja guck mal hier ich krieg erfahrungspunkte wenn ihr beiden ist treibt es klingt absurd aber es ist so so du bist doch keine kuh oder hat sie sich für eine kuh ausgegeben so dumm muss man erst mal sein so und so du bist auch eine kuh so du bist eine kuh wir können hier mal ein bisschen licht machen so du bist eine kuh kriegst trotzdem was zu essen du auch jetzt aber nicht ihr beiden knutschen ja das geht nicht ne das geht ich mal ihr könnt schon ich meine wer bin ich dass ich da liebe kennt keine grenzen man kennt es ja oh mein gott da hinten sind pillager und die sind nicht schlieb hilfe 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 so geschlafen so kommt mal her mein freunde jetzt werde ich euch hier mal aber richtig jemanden lang ziehen so wo seid ihr ihr kleinen pissen hätten ich meinte ihr kleinen irgendwas ich bin ja nicht so ich rede ja nicht so aber so so kann ich hier drauf geht das wie sieht das aus das sieht dem nicht aus oder ja das sieht dem nicht aus saatgut und weizen nur sagt gut reicht jetzt habe ich das hier was gab dusch hier sagt gut ach ja sagt gut so weizen einmal rein kartosch gegen das brot das war ja mal nichts ne dort war ja mal nicht ja liebe leute ich weiß nicht so wir müssen jetzt weiter graben halt wir waren da kurz unten kann ich mal bitte ich muss das hier unbedingt habe ich noch die steps natürlich nicht nur muss auch nicht hab da rechner so dass ich dann hier so irgendwie so so zwei steps mache so und so dass ich dann dagegen kommen und dann direkt hier runter kommen ist heute ich meine ab du an oder so ne wisst genau was ich meine so steine habe ich jetzt auch das ist gut pass auf so das ding ist ich muss aufpassen mein gott ich habe mich von glas erschreckt so mein gott ja hier ist hier ist die kiste das muss ich ja schon wieder und wir haben hier so ein verschleiß und einmal auch ein schwert das könnte ich auch noch mal neu gebrauchen würde ich sagen nein ich habe schon schwert gebastelt ich idiot ich meinte ich ach ich tollpatsch ich ja so dann gucken wir mal wie wir das hier machen das wird ja jetzt wieder mal lustig das ding ist so hoch war das aber doch gar nicht oder ich habe das hier gerade nicht wir müssen eigentlich die also dass da von der höhe war das ja hier eigentlich perfekt höher war es ja da hinten auch nicht ich muss mal einmal kurz zurück ich muss das noch mal eruieren ich habe irgendwie ein ganz mieses gefühl bei dieser sache so es war kaum höher als hier so dann war hier nur eine nach oben und dann mal von da nach da so 1 2 3 4 5 6 7 8 so 8 blöcke erst etage von hier bis zur dicke 8 blöcke 8 blöcke das muss ich mir merken dann hat es gereicht wenn ich das jetzt hier so sehe wo sollten die erste etage sein hier ja so und das sind dann 1 2 3 4 5 6 7 ja und hier war doch noch eine höher das wäre doch noch richtig gewesen warum klappt das nicht was habe ich denn hier falsch gemacht verdammt ich habe das gerade nicht so wir haben das doch hier gemacht oder genau das war hier so einmal koppel rein da hinten waren es noch zwei nicht wir müssen einen tiefer wie war das moment mal nein 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 das haben wir gesehen stopp mal schuldigung 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 genau hier hatten wir noch mal ich gehe noch mal kurz gucken sorry ich weiß das ist nervig es tut mir echt leid oder hilfe genau so und dann war einer höher alles klar und dann von da aus 1 2 3 4 5 6 sieben acht genau so genau so sah es bei mir aus 1 2 3 4 5 6 7 8 ist doch richtig das ist ja mal schlimm 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 so viel mache ich bei 20 so bleibt das jetzt erstmal so ok ihr lieben ich würde sagen ich möchte in der nächsten folge dann werden wir mal schauen wie wir das machen ne also bis dahin macht es gut tschaui